Wenn ihr mich zu viel gebuttert getrunken habt, kann ich nur noch wie ein Schwein lachen. Aber es ist nicht tragisch. Leider Sackte. Wo kommt man noch mal hin, wenn man die Leiter hochgeht? Ach ja, zu der Brücke. Ey, das hilft. Aber du... Alter Mo... Ich bin schnell mit Butter ein. So habe ich annähernd noch ein erotisches Gefühl gefunden. Ich nehme so zwei Butter-Strichchen und greife sich damit in die Stücke. Alter... Oh Gott, ich habe überlebt. Ja, ich bin Magier. Alter, ich habe mir grad einen Lebensbalken übrig gelassen. Einen winzig kleinen Balken. Und ich bin gleich richtig gearscht, wenn er so weiter rennt. nein ah du scheiß skelett was ist passiert hat mir alles abgezogen bis auf wirklich ein millimeter leben dann komme ich hoch und dann kommt dieses skelett und reicht mir vor den arsch auf ich bin grad unnötigerweise den ganzen scheiß weg gelaufen im kreis um zu merken dass ich den shortcut schon längst gemacht hat ich werde schon mal besser machst du solche witze machst du solche witze mit julia eigentlich auch was findet überhaupt an dir so ist ehrlich sagen ich weiß es nicht das ist der big kocki-kock ne ich glaube nicht ich glaube wo man sich richtig cool lernt hat und dann es war so irgendwie weil sie da irgendwie mit denen sie eigentlich über alles reden können ja ungefähr so wie stellen halten daniel vor der beschüchten ist über alles zu reden du hast daniel als freundin ich meine so dass man ein kleines beispiel ist bist du schon da ich renne gerade noch von den zwei idioten weg und renne noch kurz im shortcut ja dann schaue ich dass ich schnellstmöglich zu dem bonfire gehe wo der erste händler war dass ich da in zukunft sporn ich glaube so funktioniert das hier oder ja am besten zum feuer schreien ich schreie nicht sehen sie nicht wie die feuer schreien ich verbrechen ich schaue ich schaue hier so weiß ich ich flutsche da kurz runter wie so knall ich mein Glück und dann knall ich deine Eltern Es gibt ja das Lied Herz an Herz Und ich habe so ziemlich die Form von Butter an Butter Wie, ich kann doch nicht Uh, das war knapp Uh, das liegt was süßes Gut, ich bin jetzt wieder beim Bonfire zurück Das heißt, ich muss jetzt wohin nochmal Ich muss selbst nochmal ins Bonfire Ich Idiot Warte mal, ich kann doch direkt zu dem Bonfire Am Feuerling schreien Warte mal, hast du mich vorhin gefragt, was sie eigentlich an mir hat? Ja, schon Hast du es nicht gecheckt? Ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht Oh, Selbstzweifel Ne, also Die Sache ist Wenn man sich das mal so vor Augen gibt oder so Eigentlich Wüsste ich nicht, was es Besonderes an mir gibt Wenn ich ehrlich bin Also ich finde dich sehr besonders Ja komm, sag dein Besonderes hält dich Ich finde dich einfach nur Besonderes Mein Bonfire ist gelegt Ja, Feuer legen Feuer, 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 Stein, Stein, Stein Ah, helfende Elfen Ja, ich muss erstmal meine Menschlichkeit zurückerlangen Einen Moment Hast du keine mehr? Ich habe Menschlichkeit, aber ich muss sie erstmal zurückkriegen Das ist der Scheiß Hin und wieder Sehen mich, denken sich Ne Und gehen wieder So wie bei dir im echten Leben Ah Das erinnert mich irgendwie wieder an die einen der da Das erinnert mich an Heider Ich glaube, wenn Heider wüsste, was so auf ihn zugekommen wäre Ich glaube, der hätte schon im Vorwurf gesagt Nein Danke Nein Ich glaube ja, dass der Seestern dich liebt Seestern liebt Ich liebe dich Du Missgeburten Lass mich in Ruhe Wie kann man eigentlich ohne Kamera so da großartig tun? Wie meinst du ohne Kamera? Ich muss mir auf PS4 das Switch-Ding aktivieren, gell? Ja, genau Ist gar nicht so schwer Hm Hm Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich weiß nicht Ehrlich gesagt Mutter Mutter, der Mann mit dem Code ist da Hey, der hat der verfingte Hohn Du musstest du mich so erschrecken Mach jetzt das Scheiß Bonfeuer oder was auch immer da an Die greifen mich hier schon an Ja, du musst das Zeichen setzen und ich bin gleich da Habe ich schon dann gesetzt Vor dem Bossraum Nein Oh Alter, ich habe jetzt Gerade da, wo wir uns immer getroffen haben bis jetzt Ja, fein Dann gehe ich extra nochmal vom Bossraum weg Da wurde ja den Shortcut drauf gemacht Hasch und so Ja, genau Weil ich hatte ja diesen super Shortcut direkt vor dem Bossraum Was? Ja, nee Da bin ich nicht Da hände ich jetzt ganz bestimmt nicht hin So blöd bin ich jetzt nicht Butter? Aber immer doch Wie gesagt, da, weil wir uns am Anfang getroffen haben Wo sind jetzt diese blöden Hunde hergekommen? Warte, wo haben wir uns nochmal kennengelernt? Real, ne? Ja